Du musst das nicht machen. Sie hat etwas zu sagen. Nur zu. Ich weiß nicht, warum ich Angst bin, um hier zu kommen. Mein Lieber, ich... Just shut up! Du hast uns für Jahre lang geholfen. Wir hören uns über was du tun. Du sagst uns, dass wir alles verlieren würden, wenn wir nur eine Kiste aus der Reihe gehen würden. Und wir können nicht sagen, dass es wegen diesen verdammten Rippen. Aber du wißt du was? Jetzt ist es meine turn zu sprechen. Wie bist du... Ich habe gefunden Vivian's Körper. Du hast sie? Sie wollte, dass ihr alle frei seid. Er hatte es genauso gut tun können. Vivian hat sich selbst umgebracht. Er wird doch nur bezahlen, wir wissen, was passiert, dass das bestätigt ist. Du hast es nicht gesagt, dass du eine Kiste ausgleichen würdest. Wir haben alle gehört, dass du das gesagt hast. Du hast jetzt? Sie sehen, dass wir unsere Begründung gefunden haben. Sie sah es erst einmal. Er ist schuldig. Gut genug für mich? Ich auch. Also, das ist es, richtig? Calm down, der Witching Well. Nein, das ist zu einfach einfach für einen Verkund. Was hast du gesagt? Er muss Geld für was er getan haben. Listen zu euch. Du bist alle rats, fliehen von einem Sinken-Sink-Ship nach dem anderen. Was hast du erwartet? Du hast genug gesagt, ich kann... Er hat's reisen. Was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Du hast es, was du verdienst. Gut gemacht. Jetzt, für deine Sitzung. Wir müssen nicht mehr Mörder werden. Was hast du gesagt? Er ist schuldig. Ich weiß das, aber wir müssen niemanden töten. Das werde ich entscheiden, das stimmt. Wir sollten abstimmen. Ich werde die Entscheidung treffen. Es ist nur so, die Entscheidung treffen. Wir sollten abstimmen. Warum nicht? Wir sollten ein Voten haben. Es demokratisch machen. Du denkst wirklich, dass das funktionieren wird? Er ist richtig. Niemand kann auf nichts sagen. Was für Bigby? Was für ihn? Er wurde erabschiedet. Er ist der einzige offizielle Repräsentator, wirklich. Er sollte der Judge sein. Das macht Sinn für mich. Ich glaube, es macht Sinn. Okay. Ja, super. Ich will eine demokratische Abstimmung. Habe ich doch schon gesagt. Ich späne einen. Wirf ihn in den Brumm. Reiß ihm den Kopf ab. Ich werde ihn in den Brumm entscheiden. Na toll. Hätte ich mir den Kopf abreißen sollen. Ich hoffe, dass ihr alle daran erinnert den Moment erinnert. Ich denke, wenn du dich schlägst. Schluss, Scherriff. Bitte, wir können... End es schon. Ich bin bereit. Du sagst, dass du einen Weg hast, um ihn zu schrauben. Warte, du kannst nicht seriös sein. Was er gemacht hat, du kannst ihn in die Präsenz? Das ist nicht der Weg, Sheriff. Du machst das Richtige. Ja, da ist ein Weg. Okay, mach es. Das war eine schwierige Entscheidung. Und dann hat der Wolf auch noch angegriffen. Die Woodland Luxus Apartments. Einen Tag später. Jetzt ist es wieder auf Deutsch. Das muss ich mal erklären. Ein Moment, wo ich vielleicht auch sprechen kann. Aber den gab es bisher noch nicht. Ja, erstmal eine Kippe anmachen. Nach dem ganzen Stress. Mit den ganzen Entscheidungen. Mit dem ganzen Scheiß. Was? Wer ist das denn? Ach so, er hier. Ist das TJ? Oder so? Oder war das Todd? Ja, Hans ist auch da. Und äh, der Pinocchio-Typ. Äh, danke. Können wir reden? Ich will, Snow. Ich will, Snow. Können wir reden? Ich wollte... Ich, ich... Ich bin sorry, Sheriff. Ich muss care of this. Wir sprechen später, okay? Guten Morgen, Miss White. Du bist leid. Nie haben Snow und Wolf Zeit für sich. Und ich muss unbedingt die Märchenbücher auch mal lesen. Aber ich hab grad keine Zeit immer. Spiel, gib mir doch mal bitte ein bisschen Zeit. Da-dam, da-dam, da-dam. The Crooked Man ist gefangen. Da-dam, da-dam, da-dam. Ich habe ihn ins Gefängnis gesperrt. Und nicht in den Brunnen geworfen. Und werde aber gar nicht erst anfangen, das zu erklären. Weil es wird jetzt wieder gesprochen. Okay. Todd ist es nicht. Es tut mir leid, sei nicht so dramatisch. Wie geht es dir? Ja, sagte ich. Oh, da ist der kleine TJ. Also war das ein Typ von der Farbe. Oh, ja. Hört auf, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich habe zu tun was? Sicher. Ja. Ja, sicher. Sie wird es lieben. Das ist nett. Das ist ein seltsames. Sie wird es lieben. Oh, TJ. Und ich habe ihn zur Farm geschenkt. Aber nicht dich, TJ. Es tut mir leid. Dein Dad hat ja immer gesagt, bis dort in Sicherheit. Es tut mir leid. Vielleicht haben wir ein bisschen Mut damit gemacht. Oh, ihm tut es mir ja auch leid. Ich weiß, die mögen ihn alle voll gerne und er sie eigentlich auch. Aber was ist denn, was er denn tun soll? Okay, ich hätte auch wieder Kohle geben können. Aber naja. Ich wünschte, ich könnte dich besuchen. Tut mir leid, Colin. Ich gebe dir das ganze Päckchen, Colin. Wir sehen uns. Keine Versprechen. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Märchenbuch, Märchenbuch, Märchenbuch und keine Zeit zum Märchenbuch lesen. Aber was soll ich denn sonst machen? Entferne das Band. Du musst es hinter dir lassen. Aber ist der Zauber denn vom Halsband jetzt weg? Ich bin nicht sicher, woher zu starten. Faith, Lilly und ich, wir hatten dieses Plan. Wir werden einen Weg finden. Leave die Püden und Püden für gut. Aber dann, Faith decided zu bekommen ein paar Leverage. Sie hat eine Bildung von Kräin und Lilly zusammen. Als Faith hat das Bild genommen, wir haben eine von einem der Kräckchen-Kröckchen-Kröckchen-Kröckchen. Es ist okay, sag es mir einfach. Was hast du getan? Was hast du getan? Wolltest du ihn beschützen? Georgie kennt keine Gnade. Du musst deine Freunde verraten. Erzähl mir mehr. Was hast du getan? Das war's, weil es nicht lügen sollen. Was geschehen ist, weil es nicht lügen sollen. Dieses Stück Stoff, damit ich es bemerken würde. Das war's, weil es nicht lügen sollen. Es ist nicht wahr, das wird nicht mehr vorkommen. Es tut mir leid, dass du das tun musst. Es wird nicht mehr vorkommen. Snow braucht mich nicht. Ich weiß nicht immer, wie wir zueinander stehen. Niemand ist überhaupt je glücklich. Nach allem, was du für uns getan hast. Vielleicht wollen sie es nicht, aber ohne dich, nichts hätte passieren können. Du hörst, wenn niemand anderes würde. Du wusstest, wann zu zeigen. Und du hast die Justiz in diese Stadt gebracht. Endlich. Weil du den Krooked Man in gebracht hast, jeder sieht, wer wirklich war. Am Ende ist das alles. Ich hoffe, dass ich etwas Gutes getan habe. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich muss dir etwas sagen. Ich muss dir etwas sagen. Ich muss dir etwas sagen. Ich fühle mich, dass wir uns vorher kennengelernt haben. Sie versuchen, mich zu befinden. Du möchtest mich? Du möchtest es? Faith war one, too. Was Hyde reputiert, so dass sie die König zu retten? Sie haben mich immer die Little Mermaid. Ich gehe ihm mal nach. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Wolf. Ich sehe dich. Ich bin treten. Vielen Dank.